Wie schnell sprintest du auf 100 Meter? Weiß ich nicht, aber ich bin schnell, Chad. Ich sag euch ehrlich, damals in der Schule, Bundesjugendspiele, war ich, glaub ich, einmal erster Platz und einmal zweiter Platz oder so. Ich bin sportlich sehr begabt, Chad, wisst ihr ja mittlerweile. 100 Meter Sprint war ich, ich glaub sogar, der schnellste der ganzen Schule. No Facts an der Stelle, aber I'm splitting straight facts, you know what I'm saying? Erster Platz von hinten, null. Nee, Chad, ich bin wirklich schnell. Ich bin ehrlich schnell, Digga. Wollt ihr sehen, wie schnell ich bin? Soll ich es euch ganz kurz demonstrieren? Ja? Ist gar kein Problem. Ich werd jetzt von hier nach da sprinten und ihr stoppt die Zeit. Ich zeig euch meinen Start. Habt ihr das gesehen? Wie ein Blitz. Zwinker-Smiley. Mach mal einmal den Zwinker-Smiley-Chat. Ja, genau der. Benutzt ihr den, Chat? Benutzt ihr den, Digga? Privat bei WhatsApp 1, 4, 4, 5, 9? Nein? Benutzt ihr den Zwinker-Smiley bei WhatsApp? 1, 4, 2, 4, 9? Nein, oder? Gut. Benutzt den bitte nicht, Digga. An alle, die hier gerade eine Eins reinschreiben, lass die Scheiße sein, Digga. Der war noch nie cool. Das ist der... Nee, nee, Bruder. Der war noch nie cool, der Zwinker-Smiley. Der macht mich so sauer. Ja, safe, Chad. Der Smiley triggert mich auch ultra. Das ist der größte Trigger-Smiley, den Skip-Chat. Moji an den Haaren brennen. Ja, ja, ja. Immer noch außer Fuß. Ja, das war gerade ein bisschen anstrengend, Chad. Der kurze Sprint. Ja, das war gerade ein bisschen anstrengend. 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 Ja, das war gerade ein bisschen anstrengend.